also das ist hier der neue pokemon trailer eure eigene geschichte und ich bin extrem gespannt was da jetzt gezeigt wird vielleicht ja neue pokemon oder so ich bin echt gespannt schauen wir mal rein sagen ob der ton so okay ist auf jeden fall wieder stoppen falls ich auch mal sehe was war das für pokémon? was war das für pokémon? zu laut? ich war aber ein bisschen leiser ach lammus okay lammus und fleckmon ah kupfanti oder so heißen die ne aber was war das? was war das hier für eine krabbe bitte? was ist das? das gibt es doch nicht oder? immer noch zu laut? bisschen leiser nochmal gemacht was ist das denn? und was ist das? größer kleiner machen die karte ausrichten okay nach norden ausrichten dahin kann man hinfliegen da kann man hinfliegen okay okay y wieder raus okay grün rot blau keine ahnung ob das was heißt hier schon wieder diese krabbe die straße der sterne team star team star team star team star team star Was hat die vier Schuhe an? Wie meinen die das? Was ist das mit dieser Krabbe? Pepper Wir sind Pokémon Klibbe Klippe Klippe Arena Leiter ist klar Habt ihr die Schuhe gesehen? Klippe 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 Boah, ich habe doch voll den Overload. Hier könnte man doch schon mal ein bisschen was gucken. Ob man hier irgendwas Spannendes sieht? Nicht wirklich, ne? Sieht alles sehr unspannend aus irgendwie. Na, gucken wir mal weiter. Oha, vielleicht sehen wir hier neue Pokémon. Da ist dieses kleine Moped. Nö, nö. Da ist wieder dieses Feuerstarter. Sichlor. Schanera. Garados. Nichts. Nichts Spannendes. Was ist das? Wer ist das und das? Haben mich jetzt nicht so krass umgehauen, muss ich sagen. Haben mich jetzt nicht so krass umgehauen. Gucken wir uns noch die neue OLED an. im Pokémon Look. Oh, das sieht cool aus. Pogoball. Für mich ist wichtig wie die Verpackung aussieht. Ob es sich lohnt das Ding als VGA zu machen. 4. November. Man sieht leider nichts über die Verpackung deswegen. Nicht so spannend. Aber der Trailer war echt nicht so berauschend. Irgendwie neue Pokémon. Aber klirrt mich jetzt auch nicht so. Also. Naja. Sag mal gerne in den Kommentaren was ihr von dem Trailer haltet. und bis zum nächsten Mal rein. Bis zum nächsten Mal rein.